Denkst du, dass Bildung sich verändern muss? Dann bist du bei unserer Lernplattform serlo.org genau richtig. Alle Inhalte stehen unter freier Lizenz und können ohne Anmeldung, umsonst und ohne Werbung genutzt werden. Wir glauben daran, dass alle SchülerInnen Lernmaterialien brauchen, die frei zugänglich sind und mit denen sie im eigenen Tempo lernen können. Wenn du SchülerInnen bist, dann schau einfach auf unsere Plattform und nutz unsere Inhalte. Bist du Lehrkraft, dann kannst du die Inhalte anpassen, verändern oder eigene Inhalte erstellen. Egal wer du bist, komm zu uns und gestalte mit uns deine Lernmaterialien.